Ah, jetzt gehen wir in Studio One. Der Controller ist eingeschaltet. Ich habe dieses Lied heute angefangen. Ich erkläre einzelne Teile, welche ich gemacht habe. Hör mal rein. Das sind alles Spuren. Alles mit Spuren. Das sind einzelne Noten, die ich eingegeben habe. Das ist ein Controller. Jetzt kommt der Bass. Die Melodie. Okay, gehen wir mal zur Melodie bei dieser Gitarre. 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 . 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 Theoretisch könnte ich im Nachhinein auch dieses Instrument anwählen. dann würde es die ganze Spur in diesem Sound spielen. Machen wir doch mal. Gehen wir noch mal zurück. Der Einsatz kommt hier. Ich würde auch nicht schlecht tönen. Aber ich finde es besser mit Gitarre. Dann, was auch noch gut ist, machen wir mal so, oder? Das ist wie ein Sequenz, den haben wir so, also ich, gemacht so. Mal geschaut. Bell drum. Der hat mir so gefallen. Da habe ich etwas gespielt. Zinsen und dann habe ich es ein bisschen abgeändert Beispiel da kommen beide gleichzeitig ganzen Schluss vom Lied gibt es noch eine Hi-Hat wie beim Deutschrap diese ist hier da sieht man wenn man es ganz groß zum natürlich ist in dieser Ansicht ganz groß zund sind es 32 machen wir wieder Normalansicht so kann man auch Noten eingeben und die Anschlagsdynamik habe ich da eingestellt dass es hier wie ausblendet zusammen tönt es dann so das ist übrigens vom Impact ein ganz normaler Chill Hop der Welt Das ist ein Harmonika, auf dem Poefens gespielt. So viel zu diesem Lied, den Gesang, das käme man ja hier, ein Delay, ein Mixed Verb für Vokals im Echo. Follow the wind. Jetzt wird das Ganze hochgeladen.